Musik 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 Keine gute Idee, dass ich Ihnen das Manuskript gebe. Das sollte ich nicht. Das sollte ich lieber nicht. Naja, egal. Musik Draußen einer Kreuzung steht ein Schild, das Richtung Hauptstadt weist. Ich habe ein bisschen dran geprägt. Los, an die Arbeit. Die Gäste werden bald geschaffen. Ich will, dass alles geht. Sollen wir nicht vorher noch etwas Alkoholisches trinken? Nein. Sie wollen morgen, doch bald werden Sie sterben, denn Sie töteten die Frau in meinem Herzen. Auf geht's! Ruhige Klänge Schhh..... Verfluchter Käufe! Nie, verstehe! Geist keine Kleider ab! Du Hildender Morafiner! Bleiben den überall! Ich gehöre nicht zu euch! Ich gehöre hierher! Hast du das verstanden?! I just met a girl named Maria. Wenn wir das nächste Mal merken, dass wir streiten, dann... Ich hab's. Denken wir uns eine Strafe aus. Eine Strafe? Ja! Guten Abend, Güll. Mein Name ist Methler und der Herr neben mir ist Mops. Wir kommen, um Dexter Wargain mitzunehmen. Güll! Man wird mich jetzt wegbringen, aber ich habe mich in die Geschichte hineingeschrieben. Wie ist der Titel? Motel. So, das war die Exposition. Jetzt müssen die einzelnen Fäden miteinander verknüpft werden, aber nicht platt. Zu dir. Zu dir, genau. Ich hab's auch überlegt. Wo sind die Bescheid? Aber wir müssen dir den Arm absenden. Kannst du das noch mal wiederholen? Wir müssen dir den Arm absenden. Ach ja, natürlich. Soll ich mich vielleicht hier rüber sitzen? Hier sitze ich hier und vielleicht sollten wir eine Schale darunter stellen, damit nicht das ganze Blutfalle umgeht. Das wäre dann nicht schade. Einen Kaufsieger habe ich auch besaugt. Den müsstest du ins Fleisch decken, damit sie zu spritzen geht. Das Manuskript, das in meinem Manuskript vorzukommt, das ich gelesen habe, das haben nicht Sie geschrieben oder nicht haben Sie in Hygiene. Nachdem ich in meinem Manuskript hineingeschrieben habe, dass Sie mir ein Manuskript geben, haben Sie aber schon gelesen! Nein! 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 Na, nein! 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 Ja, nein! Ja, nein!